Selber. Anni, dankeschön für vier Monate. Hey! Machst denn du, Süßer? Mr. 100, Bock auf Karotten? Ich hab dem eben gerade schon seine Hantel zweimal vollgemacht mit Snacks. Aber ich glaube, er kennt das Ritual einfach mittlerweile viel zu gut. Schau mal her, Süßi. Hey! Go! Und ab sofort hoffentlich auch mit der Zicke das Wetter. Fede Nero ist seit vier Monaten ein Feini. Möp. Möp. Dankeschön für vier. Ist ja gut. Ja, du Bestie. Ach, süß. Dankeschön, Donero, für vier Monate. Also die Begeisterung nimmt auch nicht ab bei dem Tier. Das ist der Wahnsinn. Ich glaube, der kriegt seit locker einem Jahr oder so kriegt der Karotten in jedem Stream und die Begeisterung reißt einfach nicht ab. Verständlicherweise aber auch. Ist nämlich lecker. Willst du? Das sind jetzt meine. Und ab sofort hoffentlich auch mit der Zicke das Wetter. Das ist denn für ein geiler Name. Halbwegs geiles Produkt ist seit 19 Monaten ein Feini. Zurück auf Twitch. Nur wegen dem genialen J-Top-Content von dir. Rebsinnvoll genutzte Freizeit-Kappa. Wer warst du denn? Vorher halbwegs geiles Produkt. Dankeschön für 19 Monate. Gut, dass du wieder da bist. Ja, komm. Nimm, nimm, nimm doch. Reiß es mir doch aus der Hand, du Löwe. Komm. Ah. Und dann- Oooh. Wie ist das? Und dannon mal inatmen. Ansonsten, wenn man das damit lacht.